Noch mal weiter irritiert, das seht ihr nicht. Ja, 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 eh. Ja, jetzt seht ihr es. Nachdem wir die erste Nicht-Launch-Challenge unentschieden hatten, haben wir heute den zweiten Part davon. Und heute, Leute, wird's auf jeden Fall übertrieben. Kastos auf jeden Fall auf dem Start. Was geht ab, Leute? Wir waren nämlich bei Famila, Leute, und haben uns einmal probiert, die heftigsten Chili-Choten zu holen, die es jemals gibt. Was geht ab, Leute? Wir sind jetzt hier gerade im Supermarkt. Wir wissen jetzt nicht genau, welchen Mix wir nehmen sollen. Wir nehmen hier den Chili mit. Da steht halt intensiv und scharf drauf. Und wir haben hier auch noch, äh, was steht da drauf? Intensiv und scharf. Aber sind die Kleinen, ne? Komm, wir nehmen die Großen, weil die Großen sind halt einfach mehr. Ja, okay, okay. Leute, wenn die hier wirklich nicht scharf genug sind, haben wir auf jeden Fall hier noch die ganz Kleinen am Start. Und die sind richtig, richtig giftig. Die werden weg. Also, Leute, heute, wir machen das so, wir haben drei Leben. Und der, der nachher am meisten lacht, der ist raus, Freunde. Tod, Freunde. Der muss wirklich die Chili essen. Ich bin gespannt. Abfahrt. Schoko-Brunnen. Gar nichts Lustiges danach. Okay. Was ist das? Wieso? Ich bin nicht so eine. Das ist mein erstes Mal. Wer hat es nicht gemacht in der Schliff, Freunde? Wer hat es nicht gemacht? Mit der Wurst? Nein, auf keinen. In so einem Stift, meine ich. Ach so. Was ist da? Da hast du gesehen, wo das reingefallen ist? Da ist so ein Dip. Ist der nicht reingefallen. Guck hin. Da ist ein Dip. Was macht die denn? Alter, einfach eine Kuh am Strand. Hä? Was? Hä? Einfach im Laden. Kuh ist einfach absolut auf die faule Haut gelegt. Get the fuck out of here. Gott. Was geht ab, Alter? Digga. Was ist denn los, Mann? Hä? Nein, Digga. Jetzt haben wir beide. Egal, egal. Der war wütend. Der war wütend. Ich zwar leben. Du zwar leben, Kaspar. Alter Schwede, Mann. Aber der war gut. Der war gut. So, mal gucken wir hier die starken Nerven, Mann. Wir gucken den Clip direkt nochmal. Was ist hier? Ja, okay. Oh. Wer kennt's? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich wollte einfach nur Gurken haben. Steht da. Nein. Oh. Nein. Was war das? Hä? Feuerwerk im Garten? Oh. Was ist das denn, Digga? Ein Pokémon. Das ist Fake. Wieso? Der hat gar keinen Rückschlag. Oh, Gott. Oh, Gott. Habe man direkt gesehen. Oh, nein, Mann. Save zählt dir das nicht, oder? Wir haben beide gelacht. Wir haben beide nur ein Leben, Leute. Wir sind gerade mal bei zwei Minuten. Das Ding ist aber eigentlich gar nicht so witzig. Aber du hast mir gedacht, dass ich einfach auch lachen muss. Okay, Freunde, wir machen das so. Pass auf, damit wir ein bisschen mehr Leben bekommen. Wenn du jetzt ein Like und ein Abo da lässt, dann haben wir beide zwei Leben mehr. Das heißt, wieder drei Leben. Okay? Kleines Bonus-Leben. Weil im Endeffekt geht es darum, wer nicht nachher Null hat, sondern wer nachher weniger hat. Also, alles entspannt. Und Leute, lasst doch so ein Like da. Auf jeden Fall. Richtig. Äh. Oh, nein. Oh. Was macht die da? Nein. Das Enderportal. Ah, einfach nochmal weiter irritiert. Das seht ihr nicht. Ja, nein, ja, ja. Ja, jetzt seht ihr es. Du mich so scheiße anguckst. Jetzt seht ihr es. Och, meine. Nein, Junge. Ich habe noch, ich habe noch, wie viele Leben habe ich? Drei. Drei Leben und du hast zwei. Ja, ey. Finde ich gut. Ich einfach, das war eigentlich gar nicht witzig. Finde ich gut, Digga. Finde ich gut. Das Ding ist, das ist Null witzig. Ich dachte nur, weil du mich gerade so erschüttert hier rüber guckst. Digga, das ist Null witzig gewesen. Ein Leben hat nur, Leute. Okay, jetzt bin ich ruhig. Ich will mich ja zunem reißen, ne? Ein Leben und du willst raus. Ja, ich muss immer viel lachen, Digga. Ja, lach erst mal, lach erst mal aus. Lach erst mal aus. Digga, weil du einfach auch so richtig komisch rüberkommst hast. Das Ding ist, eigentlich ist echt nicht witzig gewesen. Ja, der ist einfach nur so plumpel, ja. Okay. So cool. Guck mal. Jetzt bin ich auf dem Trampolin. Ja, ey. Oh Gott. Alter, wie heftig. Warum macht man einen Backflip? Ja, moin. Einfach gefangen, Leute. Einfach gefangen. Digga, oh mein Gott. Wie angst dieser Hund haben muss einfach. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist das für ein Gerät im Hintergrund? Oh. Kennst du das nicht, wenn du einfach irgendwie, du willst den Geist überraschen, der hinten in deinem Badezwatschel, der hat einfach schon vorgeboxt, einfach der dachte, der Geist kommt wieder schrecken, wir in der Zähne putzen. Digga. Mann, jetzt habe ich das wegen Leben verloren. Zwei Leben, Freunde. Zwei Leben. Was war da? Ich habe keine Ahnung. Oh, ein Käse-Temputsch. Und umdrehen. Oh, der Geppock. Oh ja, lecker Schmecker, Leute. Nein. Was ging der bei ihm? Oh, alter. Yo. Yo, alter, wie tief. Was? Alles klar, Digga. Alles klar, Digga. Der ganze Tag will... Oh, nicht die Chilis, die wir essen müssen. Die musst du essen, Alter. Jetzt gucken wir uns, was zu gucken. Der ist voll der Koch-Profi. Hä, was macht der da? Der Koch. WTF? Was gucken wir da gerade? Der ist eigentlich voll geil. Ach, aus dann. WTF? Was passiert hier? Ich habe keine Ahnung, Digga. Nein. Digga, wir noch eine? Nö. Ich habe zwei Leben. Und Casper hat ein Leben. Weißt du, was das bedeutet? Chili Bestrafung! Ich dachte, wenn ich alle Leben verliere. Nö. Wer am Ende weniger hat. Das Video ist vorbei. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein! De, 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 de. Ey, aber hast du Milch? Ja, für Milch, ja. Ja, komm. Hau erst mal rein, das Ding. Soll ich jetzt direkt? Mach. Leute, ich snack jetzt noch die Chili. Ich brauche nicht einen Snack. Ich esse die komplett, dachte ich. Oder kann ich auch nur abbeißen. Ja, ordentlich rein. Weg damit. Oh, die ist richtig scharf. Mach mal ein bisschen mehr. Oh, die ist richtig scharf. Ja, da ist noch ein bisschen was dran. Oh, Alter, dieser Geruch alleine. Allein dieser Geruch. Alter, ist das einer bei der Augen von einem zu brennen von dem Geruch. Nimm mal den Rest jetzt. Soll ich echt? Ja, ja, nimm den Rest. Ey, wenn du... Ich bin beeindruckt, aber... Deine Augen. Way too sharp, Digga. Wie sieht's aus. Ey, Leute. Ey, es was? Digga, das wird hier knallrot schon. Ich halte nur aus, wenn ich was trinke, Digga. Oha. Digga. Also langsam fühle ich mich schlecht, dass ich lachen muss. Leute, wir haben gerade geguckt, was das für eine Chili war. Das hier ist eine Habanero. Und die hat einfach 100.000 bis 53.000 Scoville. Wisst ihr, wie viel jetzt gerade zum Beispiel Dings hat? Hier, eine Jalapeno hat 8.000. Und eine Jalapeno ist schon scharf. Das ist einfach mal 10. Einfach 100 bis 350.000 Scoville, Alter. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Tja, Freunde, das soll auf jeden Fall die Bestrafung gewesen sein. Ähm, ja, Kasper ist auf jeden Fall ziemlich fertig, muss ich sagen. Leute, aber, Digga, da fällt mir ein. Hast du mal gott eine Revanche? Wenn du keine Probleme bist, machen wir eine Revanche. Okay, Freunde, wir machen auf Ehre, okay? Wir machen auf Ehre. Machen wir eine Revanche, Freunde. Wer heute lacht, muss diese Bohne essen, Leute. Die hat 1,5 Millionen Scoville und ist die schärfste Chili der Welt. Nachdem wir die Ekelbohnen-Challenge gemacht haben, Leute, mit der heftigen Bestrafung, kommt jetzt heute was ganz, ganz Heftiges. Und zwar haben wir jetzt hier mit Kasper zusammen. Freunde, was geht? Diese richtig heftigen, scharfen Bohnen. Da ist die schärfste Chili der Welt am Stand, die Carolina Reaper, Leute. Er ist wirklich verrückt. Ich will nochmal zeigen, dass es auch verschweißt noch ist und so. Die Carolina Reaper hat 1,5 Millionen Scoville, Alter. Und wir hatten ja schon mal eine Chili-Challenge gemacht. Da hat Kasper ja verloren. Und da hatte, glaube ich, die Jamanero, die du da hattest, 300.000 oder 150.000. Die hat einfach nochmal fast 10.000 mehr. Und da hat es echt fast gekostet. Also, wir haben drei Leben, Freunde. Und wenn die drei Leben vorbei sind, bei wem die zuerst vorbei sind, Leute, der muss dann die Carolina Reaper essen mit 1,5 Millionen Scoville. Es wird so heftig, Leute, deswegen. Also, viel Spaß mit der Folge. Lass auf jeden Fall noch ein Like da, Freunde. Haut auf jeden Fall auf Glück, ich hab dir auf einen Like. Und lass uns heute mal die 10.000 Like schaffen. Abonniert von unseren beiden die Kanäle, Leute. Wirklich, dann verpasst ihr mich nicht. Krass mal vorbeischauen. Bei mir vorbeischauen, Leute. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, es geht los, Leute. Und... Was ist das denn? Ich hab's auch so'n Song. Ich will mich schon, ne? Jetzt hier, komm, hochsprung. Hochsprung, mein Jung. Das tat den an. Das tat du springen. Wie süß. Hä? Hä? Was macht der Apfel denn? Hä, aber krass, dass der da drauf hält. Hä? Ich hab' gedacht, dass der da wegfliegt. Was ist denn das? Jo, man macht's denn noch schneller? Der soll's mal nicht überfallen? Ja. Was macht der Hund? Hä? Er ist auch noch geschafft. Jo. Oh, wie das einfach... Ist das Hundefutter? Ja, ne? Kräftige Halterung. Kräftige Halterung. Das fällt doch gleich runter. Das fällt Selfcore runter, Leute. Oh Gott, Alter. Oh Gott, der wollte ihn um den Stein füttern. Kann er schön singen. Wie random einfach. Hallo, ist jemand zu Hause? Moin. Moin, Meister. Nein. Nein, bitte nicht. Ich hab' noch zwei Läben, ich muss auch so möglichst essen oder so, aber, ne, das war glaube ich immer verrückt. Weil's so schön war. Weil's so schön war, nochmal. Du darfst gleich essen, Junge. Du freust dich schon. Oh, nein, Digga. Hä? Wie süß. Hier, guck mal. Oh! Ofenfenster kaputt gegangen. Hey, Digga. Was macht der Hund? Digga. Er schreibt irgendwas. Er schreibt irgendwas. Oh. Big Mac. Big Mac, band ihn weg. Nein. Nein, tu's nicht, Bruder. Tu's nicht, Bruder. Tu's nicht. Und bei dir das erste Läben weg, Alter. Ich muss mich so zusammenreißen. Digga, BTF, Alter. Das ist doch, wie kann man es von seiner Freundin machen, einfach eine Gurke ins Gesicht haben. Wie sie auch da so kleben blieben, Alter. Also, beide zwei Läben. Zwei Läben ist okay, war witzig. Hm. Hä? Äh. Was macht das da, Alter? Oh. Wer hat der Geburtstag, hä? Richtiger Schock für die Katze. Nein. Nein, was machst du da? Die Frisur. Oh, den kenne ich, den Typen. Die Frisur. Katze, was machst du denn? Was? Der hat einfach... Digga, aber krank. Ey, das ist voll krass. Aber krank. Die Musik davor, aber Drunky Sailor. Ja. Katze? Mach's nicht. Was macht sie? Die kämpft mit der Toilette einfach. Oh. Ey, sie haben ihn so hoch genommen, ja? Alter, einfach das Licht ausgemacht. Einfach das Licht ausgemacht. Gockel feilt. Ah, ne, ist der Tauber, oder? Gockel. Oh. Oh. Ja. Hahaha. Digga. Hast du das gesehen? Digger. Er wollte einmal den Tod drauf werden. Er wollte den Tod drauf werden. Aber krank drauf reagiert. Ja, ist ungespaß. Aber krank drauf reagiert. Er ist ungespaß. Ja, scheiß mir noch. Jeder noch ein Leben. Ein Leben nur noch. Und äh... Ja, Digga. Ich bin einer der Miosko. Ich lach jetzt nicht mehr, Leute. Ich lach jetzt nicht mehr. Hör auf zu lachen. Hä? Oh. Oh, Alter, wie sieht ihr? Äh? Das ist so dumm. Das ist so dumm. Welches Wort hören wir? Wap, wap, wap. Ich lach. Did you hear wap? Ja. Listen again, with your eyes closed. Football. That's what I thought. Oh, Gott. Ist das dumm. Hä? Cristiano Ronaldo. Messi. Messi. Oh. Miau. Hä? Hä? Yo. Hä? Der Ball ist einfach größer geworden. Oh. Alter. Alter. Einfach ein iMac da hier rübergerufen. Der... Okay. Der Eifisch. Knapp minion, knapp minion. Alles gut. Na los. Wieso dreht das Ding? Roboter reagieren die Welt. Hä? Geh ruhig. Was ist das? Das Katzen... Yo, Alter. Alter, Schmeldemann. Ist der auf Rollen? Was hört er auf Rollen? Oh. Hä? 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 Hey. Der Rattenkampf. Die einfach boxen. Die Rattenboxen. Was ist das? So ein Opossum ne? Opossum ja. Albino-Opossum. Oh, was macht der da? Komm! Lauf! Bruno, lauf! Bruno! Bruno, los, zieh durch! Wow! Deine Schulter, Alter! Du hast safe gebrochen oder ausgekugelt oder so. Ohne Spaß. Oh, die hat es mitgebacken. Oh nein, ist die blöd, Alter. Oh, er wollte es gerade essen. Ja, für dich, einen schicken Knuckle. Oh. Na gut. Na gut, der ist safe call. Du hast eh schon ein paar mal gelassen, aber der ist safe call. Ey, du musst jetzt einfach 1,5 Millionen Scoville essen, ne? Alter, ja, Leute, ich hab bei 350.000 oder 150.000 bis 350.000 war ich schon tot. Und vor allem tot, weil meine Toilette am nächsten Tag, Alter, ich will gar nicht wissen. Ich will gar nicht wissen, wie das ist. Bei 1,5 Millionen Scoville. Auf Ehre, auf Ehre isst du auch eine, die nicht ganz so scharf ist. Auf Ehre. Ja, dann nehme ich aber, ich nehme aber meine Leichte dann, ne? Weil du hast ja verloren. Ja, ja, ist okay, aber auf Ehre isst du auch eine. Aber das Ding ist, passt auf, das könnte richtig heftig werden, Leute. Deswegen, wenn ihr jetzt noch nicht abonniert habt und keinen Like da gelassen habt bei uns beiden, dann weiß ich auch nicht, was euch verkehrt ist. Leute, hoch rein. Wir machen die Bohnen jetzt auch auf. Also, bist du bereit dafür, dass du die essen würdest? Ich würde sagen, ich rieche erstmal. Ja, rieche erstmal. Also, man riecht nichts, muss ich sagen. Da riecht man nichts. Ne, Carolina Reaper. Könnt ihr? Ich esse dabei dann die Calapeno. Ey, ich würde das Inseln auskotzen. Ja? Okay. Wäre besser für dich. So, 3, 2, 1. Pass auf, ich lutsch die erstmal nur, okay? Um zu gucken, ob das scharf ist. Okay, okay, okay. Ich weiß noch nicht drauf. Ich glaube, es wird erst scharf, wenn ich drauf weiß. Okay. Okay, let's go. Oh, mein ist ja jetzt schon scharf, Digga. Mach die Kamera auf. Was? Was? Oh, das ist mir gerade richtig scharf. Oh, das ist mir gerade richtig. Oh, das ist bei mir jetzt schon scharf. Das ist mir gerade richtig hoch. Oh, Digga, das ist ja bei mir jetzt schon scharf. Das ist bei mir gerade richtig hoch. Ey Leute, mir ist ja die Jalapeño schon zu heiß, wie sieht es bei dir aus? Digga! Ich sag dir nur, was da hilft ja nicht, ne? Was da hilft nicht? Ey guck dir mal, bin ich in Karls Bein. Also Karls hat glaube ich gerade 2 oder 3 Liter Milch getrunken. Ich hab's dir selber schon scharf im Mund mit der Jalapeño und das hat glaube ich 8 Euro. Und du hast 1,5 Millions gewählt. 1,5 Millions gewählt. Also das war auf jeden Fall die schärfste Chili in der Bohne, Leute. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall auf den Like-Button und auf den Abo-Button. Abonniert beide unsere Kanäle, Leute. Lasst uns noch die 10.000 Likes schaffen. Und schaut 1 in meinem Video aus. Einfach draufklicken. Und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.